Hallo, ich bin der Joshua, 23 Jahre alt, bin in Krefeld geboren und arbeite als Gartenlandschaftsrauber bei der Stadt Krefeld. Also ich habe damals ein Praktikum in dem Beruf gemacht und habe dann zuerst was anderes gemacht, aber war in dem Beruf überhaupt nicht zufrieden und dann habe ich mir gedacht, probiere es mal. Und ja, habe es auf jeden Fall nicht bereut, dementsprechend bin ich dann halt in die Ausbildung reingegangen. Also es ist halt natürlich, man ist recht viel in öffentlichen Anlagen unterwegs, hat natürlich dann auch, mit der Zeit lernt man auch Leute kennen, die dann da täglich spazieren gehen und alles. Das ist natürlich schon ganz schön, dann den Kontakt auch zu den Bürgern zu haben, häufig positives Feedback zu kriegen von denen. Ja, es macht einfach Spaß draußen zu sein und dann da seine Arbeit zu verrichten. Auf jeden Fall körperliche Fitness und man sollte sich auch nicht zu scheu sein, sich mal dreckig zu machen und vor allem auch keine Angst davor haben, mal im Regen zu arbeiten oder ähnliches. Das ist schon wichtig. Also es ist halt mit dem Wetter, man ist natürlich die ganze Zeit draußen. Ja, also anfangs habe ich natürlich gedacht, dass man nicht allzu viel macht bei der Stadt und sich nicht unbedingt kaputt arbeitet, aber ja, es ist dann halt so, wenn man dann mit denen draußen unterwegs ist und denen dann erklärt, was alles gemacht wird und was man da schon gemacht hat, dann sehen die natürlich auch mittlerweile, was man da alles tut und man selber entwickelt natürlich auch ein weiteres Auge dafür, was gemacht werden muss und kann das dann auch somit auf die Arbeit nehmen, sag ich mal.